Es gibt unzählige Debatten. Square und Idee finden für uns die aktuellsten. Hast du gehört? Die russische Raumfahrtagentur will überprüfen, ob die Amerikaner damals tatsächlich auf dem Mond gelandet sind. Das ist ein Joke zum 50. Jahrestag der ersten Mondlandung. Der Kalte Krieg ist vorbei. Naja, die Russen haben vermutlich doch die US-Wahlen beeinflusst und auch den Brexit. Wenn man alles glaubt, was dort im Internet steht, gehörst du jetzt auch zu denen, die überall Verschwörungen sehen? Internet existiert noch nicht sehr lang. Aber dass Millionen Menschen glauben, dass die Bilder von Armstrong auf dem Mond nicht echt sind? Du meinst, die erste Mondlandung sind die ersten Fake News, alternative Fakten? Square, du redest ja schon wie Trump. Dank Fotos können sich alle selbst eine Meinung bilden. Internet ist ein demokratischer Fortschritt. Die Medien machen nur Propaganda. Wer redet hier wie Trump? Du glaubst wirklich, dass du dir objektiv eine Meinung bilden kannst? Auch im Internet wird manipuliert. Internet ist zumindest transparenter als die NASA. Also, komm, zur Debatte. Heute bei uns zu Gast Marcus Allen, Verleger des britischen Magazins Nexus. Der ehemalige Berufsfotograf glaubt nicht, dass Armstrong und Aldrin auf dem Mond gelandet sind. Und er legt Beweise vor, die das historische Ereignis angeblich widerlegen. Und Antoine Bardou-Jacquet. Der Regisseur hat aus der Verschwörungstheorie die Komödie Moonwalkers gedreht. Ich habe immer geglaubt, dass die Mondlandung nicht stattgefunden hat und dass das Außerirdische waren. Jüdische, Außerirdische. Weil Hitler ja übrigens auch nicht tot ist und auf der anderen Mondseite lebt. Zusammen mit Elvis. Und das wollte ich der Welt nicht weiter verheimlichen. Ja, ich stelle eine Verbindung her zwischen Wernher von Braun, der mit den Nazis paktierte und in die USA flüchten konnte, im Rahmen der geheimen Operation Paperclip mit rund 100 weiteren deutschen Wissenschaftlern der Heeresversuchsanstalt Peenemünde. Sie haben die Flüssigkeitsraketen vom Typ V2 entwickelt, die später auf London abgefeuert wurden. Vielen Dank übrigens. Wir wissen daher ganz genau, zu was er fähig war. Nach dem Krieg musste sich Wernher von Braun entscheiden. USA oder Russland? Die Russen hatten in Deutschland viele Wissenschaftler in Gefangenschaft genommen. Er ist also in die USA gegangen. Als ich die Idee hatte, diese Geschichte für einen Film zu verwenden, war ich bereits davon überzeugt, dass die Gerüchte falsch waren. Ich war überzeugt, dass die Mondlandung echt war, dass diese Leute Helden und Genies waren. Es liegt auf der Hand, dass es da eine Verbindung gibt. Viele Ingenieure, die am US-Raumfahrtprogramm teilgenommen hatten, stammten aus Deutschland. Sie hatten die notwendigen Kenntnisse, das erforderliche Know-how, das die USA wollten. Es gibt noch andere Beispiele deutscher Propaganda in den US-Geheim- und Nachrichtendiensten und in Bezug auf die Gründung der CIA. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich habe mir gedacht, dass die Mondlandung nicht existiert habe und ein Komplott gewesen sei. Diese Fake News haben mich dann zu meinem Film inspiriert. Wenn ein Kind heute nach Infos über den Mond sucht, stößt er auf Sachen wie, es waren noch nie Menschen auf dem Mond. Als wir dann beim Dreh den Mond rekonstruiert haben, das Landemodul, die Kabel, die Astronauten, da war ich mir sicher, dass es wirklich passiert ist. Dass es einfach unmöglich war, so etwas Realistisches nachzumachen, anhand der Bilder, die wir vorliegen hatten. Die Anzahl der Personen, die sich Fragen in Bezug auf die Mondlandung und die Apollo 11 stellen, steigt ständig. Und das hat verschiedene Gründe. Es ist eine Steigerung von 25 Prozent. Manche behaupten sogar von bis zu 50 Prozent. Und alle zweifeln an Berichten der NASA über Mondlandungen, nicht nur die der Apollo 11. NASA bedeutet offiziell National Aeronautics and Space Administration. Aber wenn ich die New York Times zitieren darf, könnte man die NASA eher Never a Straight Answer nennen. Denn klare Antworten der NASA sind seltener als Mondlandungen. Ich habe versucht, welche zu bekommen. Und ich war nicht der Einzige. Es ist die erste Videoübertragung der Geschichte. Und in der Tat sind diese Bilder derart beschädigt und verschwommen, dass sie auch irgendwo in einem Hangar gedreht hätten werden können. Und genau das ist das Thema von Moonwalkers. Wenn das Ziel tatsächlich war, die Überlegenheit der Amerikaner in Bezug auf die Russen zu beweisen, dann fand das über diese Bilder statt. Plötzlich sieht die ganze Welt, wozu die Amerikaner fähig sind. Und aus diesem Grund sind diese Bilder eine phänomenale Kommunikation und Propaganda. Es ist wichtig, das gesamte Apollo-Programm in den historischen Zusammenhang zu stellen. In den USA ereigneten sich mehrere Sachen gleichzeitig. Der Wettbewerb zwischen den USA und der UdSSR in Bezug auf die Raumfahrt, der Vietnamkrieg und weitere wichtige Ereignisse, wie der Anschlag auf John Kennedy 1963, auf Robert Kennedy 1968, kurz nach dem Attentat auf Martin Luther King und dem auf Malcolm X. Die USA waren stark angegriffen. Im Januar 1967 brach beim Start der Apollo 1 ein Brand aus. Die drei Astronauten an Bord starben aufgrund eines Fehlers. Danach mussten die USA beweisen, dass das Apollo-Programm trotz allem stärker war und Konkurrenten besiegen würde. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es Leute gab, die sagten, dass man die Mondlandung dubeln könnte, falls sie nicht klappen würde. Die Leute waren zu allem fähig. Doch ich bin mir ebenfalls sicher, dass es damals einfacher war, Menschen auf den Mond zu schicken, als irgendwelche überzeugend wirkende Filmeffekte zu produzieren. Wir erinnern uns alle an die ersten total verwackelten Bilder vom Typen, der den Mond betritt. Aber danach gab es anderes Film- und Bildmaterial von weitaus besserer Qualität. Und das hätte man nur schwer manipulieren können. Und daher rührt die Legende, dass Stanley Kubrick darin verwickelt war, weil er ein, zwei Jahre vorher 2001 Odyssey im Weltraum gedreht hatte. Mit unglaublichen Effekten. Man hatte tatsächlich den Eindruck, auf dem Mond zu sein. Für damalige Verhältnisse war der Film gut gemacht, aber heute wirkt er nicht mehr glaubhaft. Diese Filme und Fotos sind technisch sehr ausgefeilt. Stanley Kubrick kontrollierte als Filmemacher alles, von A bis Z. Wenn man sich 2001 Odyssey im Weltraum anschaut, entdeckt man unheimlich viele geniale und überzeugende Filmeffekte. Man hat wirklich den Eindruck, dass man echte Raumschiffe sieht. Und wer hat sie gemacht? Ein Supervisor für Spezialeffekte. Er hatte bereits an mehreren Filmen dieser Art gearbeitet. Und zu Beginn seiner Karriere auch für die NASA. Dieser Mann, Douglas Trumbull, wäre der ideale Kandidat gewesen, um die Mondlandung vorzutäuschen. Er war unheimlich begabt für Nachstellungen im Miniaturformat, mit kleinen Kameras in engen Räumen, die für Effekte sorgte, die auf der Leinwand täuschend echt aussahen, obwohl es in Wirklichkeit Modelle waren. 1902 regt die Reise zum Mond von Georges Miliès die Fantasie an, frei nach Jules Verne's Roman Von der Erde zum Mond. 50 Jahre später betreten Tim und Struppi in zwei Bänden den Mond. Erges Inspirationsquelle waren Arbeiten von Wernher von Braun und Hermann Obert, dem technischen Berater von Fritz Lang, in dessen Film Frau im Mond. Die rot-weiße Rakete im Schachbrettmuster ist eine Kopie der deutschen Flüssigkeitsrakete V2, die im Zweiten Weltkrieg entwickelt wurde. In den 1960ern führt die Weltraumforschung zum Kalten Krieg. Yuri Gagarin ist der erste Mensch im Weltraum, doch der Amerikaner Neil Armstrong setzt den ersten Fuß auf den Mond. Hunderte von Millionen Fernsehzuschauer begleiten ihn dabei. Fast zeitgleich tauchen Verschwörungstheorien mit Bildern und Videos als Beweisen auf. Und das Internet vergrößert die Blase eines gigantischen Komplotts. Ist die Mondlandung nur fake? Ich glaube bereits seit 25 Jahren, dass es sich um eine Fälschung handelt. Seit dieser Zeit schaue ich mir aufmerksam alle Fotos an. Viele dieser Bilder sind lächerlich. Nicht zuletzt aufgrund ihrer hervorragenden Qualität. Man muss sich ein bisschen in diese Zeit zurückversetzen, an die Kameraausrüstung denken, die für diese Fotos verwendet wurde, um angeblich die Mondoberfläche zu fotografieren. Die Kamera war eine Hasselblad 500 EL. Alle Einstellungen wurden von Hand gemacht. Fokus, Verschlusszeit und Blende. Es gab damals auch noch keinen Sucher. Und wenn man einen Astronautenanzug trägt mit Helm, kann man den Kopf nicht zur Kamera beugen, die im Brustbereich befestigt ist. Der Sucher war daher entfernt worden. Der Auslöser der Hasselblad befindet sich vorne an der Kamera. Der Astronaut trägt Handschuhe, mindestens so dick wie Gartenhandschuhe. Wer kann so bitte schön eine Kamera bedienen? Die Einstellungen, Fokus, Blende und so weiter. Und das alles ohne Sucher. All diese Theorien beruhen auf Beweisen, die ebenfalls widerlegt werden können. Wer sich ein wenig mit Fotografie auskennt, wer weiß, wie Bilder entstehen, der weiß auch, dass alles eine Frage der Blende und der Lichtstärke ist. Da hält die Frage, warum sieht man keine Sterne, wenn man auf dem Mond steht, nicht lange stand. Wenn man die Blende öffnet und einen Typen in einem weißen Astronautenanzug vor sich hat, muss man die Blende reduzieren. Alle kleineren Lichtquellen, die sich hinter dem eigentlichen Motiv befinden, verschwinden. Das alles lässt sich technisch erklären. Buzz Aldrin steigt die Leiter nach unten, er wird von Neil Armstrong fotografiert. Und man sieht Buzz Aldrin, wie er wie ein Weihnachtsbaum strahlt. Er strahlt wie der Mondboden, der direkt hinter der Leiter beleuchtet wird. Obwohl wir ganz genau wissen, dass er sich im Schatten befindet und dass es nur eine einzige Lichtquelle auf dem Mond gibt, nämlich die Sonne. Es wird behauptet, dass das Licht vom Boden kommt. Unmöglich. Der Mondboden strahlt nicht mehr oder weniger wie ein Straßenbelag aus Teer. Kein Fotograf dieser Welt würde eine Straße als Lichtquelle benutzen, da die Oberfläche nicht ausreichend reflektiert. Wie hätte es damals technisch möglich sein können, dass sich Astronauten in der Schwerelosigkeit bewegen? Wie hätte man das manipulieren können? Mit Kabeln? Mit Zeitraffer? Ich habe das in meinem Film gemacht. Natürlich auf eine recht groteske Art und Weise. Das war das Ziel. Technisch ist das hochkompliziert. Wir benutzten Klettergurte mit Kabeln. Ausrüstungen, die im Laufe der Zeit in Hollywood entwickelt und verfeinert wurden. Aber der Effekt war nicht derselbe. Man sieht, wie sich die Typen da in einer Art Schwerelosigkeit bewegen, aber das ist überhaupt nicht mit den echten Bildern vergleichbar. Meiner Meinung nach lassen sich diese vermeintlichen Beweise ganz einfach widerlegen. Nur wenige Leute wissen, dass die Russen dieses Verfahren reproduziert haben, um zu verstehen, wie die Amerikaner es angestellt hatten, denn aus ihrer Sicht waren diese Fotos gefälscht. Und die Russen haben entdeckt, dass es letztlich einfach war, diese Bilder zu fälschen, indem man ganz einfach einen weißen Mantel trug. Wenn sich jemand in der Nähe von Modellen aufhält, die das Landemodul darstellen, und das Bein eines Astronauten auf einer künstlichen Oberfläche, wenn man da jemanden außerhalb des Blickfeldes in einen weißen Mantel hinstellt, ja, dann wird ausreichend Licht reflektiert. Das aber ist Betrug. Das ist keine wahre Wissenschaft. Ich behaupte daher, dass eine andere Lichtquelle benutzt wurde, dass dieses Foto auf der Erde aufgenommen wurde. Sie waren nicht auf dem Mond. Ich habe diese ganzen Theorien gelesen. Ich habe mir das alles angeschaut, diese vermeintlichen Beweise, dass die Fahne einmal dort weht und nicht dort hinten. Man kann Bilder so interpretieren, wie man möchte. Man kann einen Krieg im Irak auslösen, mit einer einzigen schlechten Luftaufnahme, indem man behauptet, dass sich dort massive Vernichtungswaffen befinden, dass man sofort angreifen muss, bis sich letztlich herausstellt, dass das alles gar nicht stimmt. Das ist die Macht der Bilder und der Menschen, die diese Bilder veröffentlichen. Menschen, den man eigentlich glauben kann. Menschen, in die wir normalerweise unser Vertrauen legen. In den Staat, in Journalisten. Wir sagen uns, dass diese Leute nur über ganz fantastische Sachen berichten. Aber jetzt, mit dem Internet und der Tatsache, dass irgendwelche Idioten irgendwelche Verschwörungstheorien in die Welt setzen können, sind wir bedient. Und diese ganzen Geschichten stiften Verwirrung und viele Gerüchte halten sich sehr hartnäckig. Es ist sehr kompliziert, sie aus der Welt zu schaffen. Warum glauben die Leute das alles? Warum sagen sie, das ist außerordentlich? Deshalb bin ich Wissenschaftler geworden. Der erste Mensch auf dem Mond hat mich inspiriert. Weil die Leute glauben, dass es tatsächlich passiert ist. Ich habe das auch geglaubt. Ich habe es 20 Jahre lang geglaubt. Es gab keinen Grund, es nicht zu glauben. Die Leute glauben daran, weil sie daran glauben möchten. Das ist wie eine Art Religion. Und wenn dann einer daherkommt, so wie ich, und sagt, nein, ich glaube nicht, dass es so passiert ist und dass man bestimmte Aspekte hinterfragen muss, zum Beispiel wie die Fotos der ersten Mondlandung aufgenommen worden sind und unter welchen Bedingungen, dann werde ich nicht nur angegriffen, weil ich technische Aspekte hinterfrage, sondern auch, weil ich nicht glauben will, was die Leute glauben. So etwas ist mit Religion vergleichbar. Die Mondlandung, Apollo, sind zu einem Gott geworden. Bilder können unendlich manipuliert werden. Man kann Bilder erzählen lassen, was man will. Alles ist Verschwörung. Mit ein wenig Fantasie kann man mit jedem Bild eine unglaubliche Geschichte erfinden. Und wer dabei auch noch als Wissenschaftler auftritt, wirkt noch glaubwürdiger. Es wird immer einen promovierten Forscher geben, der sich dazu verleiten lassen wird. Ich denke, dass die Mehrzahl der Leute, die diese Art von Verschwörungstheorien publik machen, Wichtigtuer sind und denken, dass man ihnen nicht auf die Schliche kommen wird. Zur elften Mission des US-amerikanischen Apollo-Programms waren knapp eine Million Personen live beim Start der mehr als 3000 Tonnen schweren Saturn-V-Rakete dabei. Eine Farbkamera am Steuermodul schickte Live-Bilder an 500 Millionen Zuschauer weltweit. Das Ereignis wurde von 36 Fernsehsendern übertragen. 3.497 akkreditierte Journalisten. Darunter aus Japan 111, Italien 80, Großbritannien 64, Frankreich 57, Deutschland 44. Zusätzlich zu den 21,7 Kilo Gestein- und Bodenpartikel landeten 1.407 Fotos auf der Erde. 857 in Schwarz-Weiß, 550 in Farbe und 17 stereoskopische Close-Up-Bilder der Bodenoberfläche mit Blitzlicht. Der Flickr-Account der NASA bietet 14.228 Fotos des Apollo-Programms an, Aufnahmen von 1968 bis 1972. Apollo ist Fake News. Man kann beweisen, dass das Ereignis nicht so stattgefunden hat, wie es dargestellt wird. Haben Menschen tatsächlich den Mond betreten? Die Rakete war echt, der Start war echt. Millionen Menschen haben gesehen, wie die Apollo 11 gestartet ist. Darüber gibt es keinen Zweifel. Aber als die Rakete aus dem Sichtfeld der Kameras verschwunden war, ungefähr 80 Kilometer von der Startrampe entfernt, gab es nur noch eine einzige Informationsquelle über den Ablauf der Mission. Die NASA. Hat die NASA die ganze Wahrheit darüber gesagt, was nach dem Start geschehen ist? Ich weiß nicht. Wir können die Astronauten fragen, sind sie auf dem Mond gelandet? Wollen sie auf die Bibel schwören, dass sie ihren Fuß auf den Mond gesetzt haben? Nein, das werde ich nicht, antwortete Neil Armstrong. Ein seltsames Verhalten, das Zweifel aufkommen lässt. Diese Zweifel kann man nicht leugnen. In Bezug auf Fake News spielt das Internet eine unheimlich große Rolle. Im Internet kann jeder jederzeit alles behaupten. Ich weiß nicht, ob Sie es schon bemerkt haben. Im Internet gibt es eine bestimmte Kategorie von Personen, die ihre Meinung kundgeben möchten, aber immer nur sagen, ach, das ist Mist, das ist falsch, das glaube ich nicht. Das sind die sogenannten Haters. Und die nehmen ziemlich viel Raum ein. Egal, was man sich anschaut, ein Video auf YouTube zum Beispiel, wenn man die Kommentare liest, steht da meistens Bullshit. Da geben Leute ihre Meinung ab, die sich als Opfer von irgendwelchen Verschwörungen fühlen. Von Juden, von Außerirdischen, von allem Möglichen. Ich finde es gut, dass sich jeder zu Wort melden kann. Doch eine Minderheit von sehr aktiven Internetusern schafft es, dumme und falsche Ideen in die Welt zu setzen, dank den neuen Medien und erreichen so zig Millionen von Menschen. Die sozialen Netzwerke und das Internet, die Möglichkeit sehr schnell über große Entfernungen hinweg mit unglaublich vielen Menschen zu kommunizieren, haben das Niveau von Ermittlungen gesteigert. Die Leute können besser zusammenarbeiten. Ich arbeite eng mit jemandem in Kanada zusammen, obwohl ich ihn nie persönlich getroffen habe. Wir unterhalten uns per Skype und haben ein paar von den Apollo-Archiven durchforstet. Er hat sehr viel Zeit damit verbracht, 10.000 Stunden Nachforschungen in Bezug auf das Apollo-Programm und er hat fantastische Informationen gefunden. Die NASA hat 1969 in einer öffentlichen Erklärung angekündigt, das werden wir unternehmen. Das kann man im Detail nachlesen, aber eben nur das, was geplant war. Es gibt jedoch nur sehr wenige Berichte darüber, was tatsächlich geschehen ist. Daher untersuchen alle die ursprünglichen Berichte und stellen fest, das hätte stattfinden sollen und es hat vermutlich stattgefunden. Aber so funktioniert Wissenschaft nicht. Hm, noch so eine seltsame Geschichte. Was ich seltsam an dieser Geschichte finde, ist, dass alle Fälschungen auf die NASA zurückführen. Hm, die Wahrheit wird immer komplizierter. Das Problem der Fake News hat mehrere Facetten. Der US-Präsident zum Beispiel behauptet, dass bestimmte Meldungen Fake News sind, obwohl sie durchaus der Wahrheit entsprechen. Alles wird vermischt. Es wird immer schwieriger, falsch von echt zu unterscheiden, wenn man sich mit einem Thema nicht hundertprozentig auskennt. Es ist extrem kompliziert, Informationen zu analysieren, zu wissen, wem man vertrauen kann und wem nicht. Fake News ist ein interessanter Begriff, ein neuer Begriff, der noch nicht sehr lange existiert. Falsche Informationen im 21. Jahrhundert sind Informationen, mit denen die Leute nicht einverstanden sind. Sobald es ein bisschen technisch wird oder komplex und vor allem politisch. Aber auch in den 1960ern gab es eine Menge Fake News. Nur, dass man sie damals anders bezeichnete. Und zwar als Propaganda. Bilder haben aktuell eine extrem hohe Glaubwürdigkeit erreicht. Man muss sich nur Instagram anschauen. Ständig gibt es neue Fotos, Fotos, die etwas belegen sollen. Fotos bedeuten Echtzeit. Doch Bilder zu manipulieren ist inzwischen ein Kinderspiel. Alles kann gefälscht werden, ob mit Photoshop oder Apps. Man kann Bilder und Videos bearbeiten. Alles ist möglich, absolut alles. Also, an welchen Orten hätte der US-Geheimdienst die Filme drehen können? Oder in welchen Kulissen fotografieren? Meiner Meinung nach im Lookout Mountain Laboratory, im Norden von Los Angeles. Heute ist es der private Wohnsitz des Schauspielers Jared Leto. Früher war es eine Produktionseinheit für Filme der US-amerikanischen Luftwaffe. Dieses Labor ist extrem gut ausgerüstet. Damals sogar besser als die Filmstudios in Hollywood. Ich weiß nicht, ob sich die Leute vorstellen können, was eine derartige Kulisse für einen Aufwand bedeutet. Dafür sind mindestens ein bis 200 Mitarbeiter notwendig. Und die sollen alle jahrzehntelang schön brav den Mund gehalten haben, genauso wie die Astronauten und die Ingenieure? Plus rund 4000 Personen, die an der Mission beteiligt waren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so viele Leute ein derartiges Geheimnis für sich behalten können. Eine sehr interessante Information, die erst vor kurzem auftauchte, betrifft das Datum der Filme. Zum Beispiel das Datum der Apollo 11. Die Mission startete am 16. Juli und die Mondlandung hat am 20. Juli stattgefunden. Doch der Film von der Mondlandung am 20. Juli ist auf den 11. Juli datiert. Ist das ein Fehler? Ich glaube nicht. Entweder man nimmt etwas Abstand und sagt sich, diese Information erscheint mir merkwürdig und es wäre gut, da ein wenig nachzuforschen. Oder man schluckt die Infos einfach so, völlig unverdaut vor dem Fernseher und sagt sich, ah, oh, wow. Dann kann die ganze Welt manipuliert werden, egal wann und egal wie. Ich habe immer daran geglaubt, dass Astronauten auf dem Mond gelandet sind. Das ist fast schon Zauberei. Das ist so unglaublich, was sie da gemacht haben. Mit so einer Riesenrakete ins Weltall zu fliegen und in so einer Konservendose zu leben, das ist echt genial. Ich denke, dass die Menschheit solche unglaublichen Sachen vollbringt und es ist schade, dass es andere gibt, die absolut das Gegenteil behaupten wollen. 2099. Preiskrieg zwischen Raumfähren. Der günstigste Anbieter ist Elon Musk. Ein Gläschen vor dem blauen Sonnenuntergang auf dem Mars wird zum Schnäppchen. Wir verabschieden uns und wünschen ein gigantisches 2019. BR 2019 Untertitelung. BR 2018